Alle Spiele der BKB Bell. Live. Nur auf diesem Internet. Für die Älteren zum Mitschreiben. www.telekombasketball.de Enter. 101 zu 101. Letzten sieben Sekunden. Stucky, Stucky. Von draußen, Stucky zum Sieg. Stucky! Oui, Stucky! Für drei! Ja, jetzt bricht ihr die S-Oliver Arena auseinander. Das Spiel ist aus. Die S-Oliver Baskets gewinnen. In einer verrückten Crunch-Time. Dank Maurice, Stucky und dem Barserbieter.